die kommunalwahl steht vor der tür und vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal gefragt wie funktioniert die eigentlich immerhin die bayerische kommunalwahl gilt als die komplizierteste im freistaat das heißt ihr geht nicht einfach nur wählen sondern ihr könnt auch kumulieren und panaschieren in diesem video haben wir die wichtigsten fragen rund um die kommunalwahl zusammengefasst damit eure stimme im wahllokal richtig ankommt grundsätzlich wählen darf jeder der mindestens 18 jahre alt und eu-bürger ist wichtig dabei ihr müsst den schwerpunkt eurer lebensbeziehungen dort haben wo ihr ins wahllokal gehen möchtet meistens bedeutet das dass ihr euren ersten wohnsitz seit mindestens zwei monaten dort haben müsst von dieser regelung weichen pendler studierende und obdachlose manchmal ab je nachdem wo ihr wohnt und ob es bei euch während der vergangenen legislaturperiode bereits neu wahlen gab liegen am wahlsonntag bis zu vier verschieden farbige zettel vor eurer nase mit dem gelben wählt ihr den bürgermeister und mit dem blauen den landrat mit dem grünen die stadt oder gemeinderäte und mit dem weißen die kreisräte wichtig ist wenn ihr in einer der drei kreisfreien städte in der oberpfalz wohnt also in amberg weiden oder regensburg wählt ihr nur den oberbürgermeister und den stadtrat hier bleibt es zunächst noch relativ einfach bürgermeister und landrat welt ihr direkt das heißt ihr habt jeweils nur eine stimme zu vergeben wenn ein kandidat beim ersten wahlgang mehr als die hälfte aller stimmen bekommen hat ist er gewählt wenn der wahlgang aber nicht so eindeutig war gibt es zwei wochen später eine stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten wenn er in einer besonders kleinen gemeinde wohnt kann es vorkommen dass entweder nur ein kandidat zur bürgermeisterwahl antritt oder sogar gar keiner im ersten fall habt ihr die möglichkeit den namen einer zweiten person auf den wahlzettel zu schreiben von der ihr denkt dass sie ein guter bürgermeister oder eine gute bürgermeisterin wäre wenn niemand antritt dann habt ihr die möglichkeit eine eurer meinung nach die eignete person auf den zettel zu schreiben das nennt man dann eine urwahl jetzt schauen wir uns die wahlzettel für die lokalparlamente ein bisschen genauer an das sind die wahlzettel für den stadt und den gemeinderat und den kreistag auf diesen zetteln haben die parteien ihre kandidaten in listen zusammengestellt wichtig für euch ihr habt so viele stimmen wie es sitze in den jeweiligen gremien zu vergeben gibt am einfachsten welt ihr indem er bei einer liste ein kreuz macht dann gehen alle eure stimmen an die kandidaten auf der liste wenn bei den kandidaten aber einer dabei ist der euch überhaupt nicht schmeckt dürfte ihn auch einfach durchstreichen dann bekommt der kandidat von euch keine stimme ihr müsst für lokalparlament nicht zwangsläufig eine ganze liste wählen ihr habt auch die möglichkeit eure stimmen auf die einzelnen kandidaten unterschiedlicher listen aufzuteilen deshalb bitte kommunalwahl auch als freie listen wahl bezeichnet stimmen aufteilen nennt man panaschieren ihr dürft also euer eigenes wunschgremium zusammenstellen gleichzeitig könnt ihr bei einer liste ein kreuz machen und einzelne kandidaten anderer parteien wählen die stimme für den kandidaten einer anderen partei wird dann einfach von der gesamtzahl der stimmen die sonst nur die liste bekommen würde abgezogen neben panaschieren könnt ihr bei der kommunalwahl auch kumulieren kumulieren bezeichnet man auch als häufeln ihr könnt also nicht nur zwischen den listen hin und her springen sondern euren lieblingskandidaten auch bis zu drei stimmen auf einmal geben und so schwerpunkte setzen das macht ihr indem ihr in das kästchen vor den namen eurer favoriten je nachdem entweder eine 2 oder eine 3 schreibt mit genügend einzelstimmen kann sich dein kandidat so auch vom letzten listenplatz bis ganz nach vorne häufeln es kann vorkommen dass eine partei ihre liste nicht voll besetzen kann damit sie aber keine wählerstimmen verschenkt können einzelne kandidaten mehrmals auf einer liste auftauchen das nennt man dann vorkumuliert bis zu drei mal kann ein kandidat auf einer liste stehen bekommt die partei ein listenkreuz bekommt der kandidat dementsprechend drei stimmen für euch ist aber wichtig dass der kandidat höchstens drei stimmen bekommen darf und keine mehr alles was über diese drei stimmen hinausgeht wird letzten endes einfach nicht gewertet wir kommen zu den drei häufigsten fehlern bei der kommunalwahl es wäre doch schade wenn ihr wählen geht aber eure stimme letzten endes wegen eines blöden fehlers nicht zählt achtet genau darauf dass sie nur so viele stimmen vergebt wie es sitze im regionalparlament gibt wenn ihr nämlich drüber seid ist euer wahlzettel ungültig kleiner tipp wenn ihr in der kabine merkt dass ihr euch erzählt habt werft nicht die flinte ins korn sondern geht zum wahlhelfer und fragt ihn nach einem neuen wahlzettel manche kandidaten nerven einfach aber spart es euch den wahlzettel mit einem kommentar zu versehen wer nämlich etwas drauf schreibt oder ihnen vielleicht sogar unterschreibt weil er glaubt dass die wahl so nicht gefälscht werden kann ist raus der wahlzettel ist dann ungültig und zum schluss ganz einfach macht die kreuze so dass eindeutig ist wofür euch entschieden haben die wahlhelfer werden nämlich nicht raten wenn ihr ein kreuz zwischen den einzelnen namen macht und seid ihr einfach raus